ja hallo und grüß dich im Wochenende mit Assassin's Creed Rock ich bin noch in Albany schnell die Schätze und das Zeug gemeinsam oh shit das war zu spät den habe ich auch noch nicht jetzt springt er wieder dran die Steuerung ist an einigen Stellen ist die total unverständlich warum der da dran vorbeispringt hier muss er jetzt rauf will er nicht das ist so komm ich jetzt da rauf wenn ich da rauf will ich muss da oben drauf das ist so zum kotzen ich kann das nicht holen die machen schon 50 Assassin's Creed und schaffen es nicht dass man eine Taste drücken kann für gewisse Kletterpassagen dass du ein X drücken kannst damit er sich an etwas hochhebt alles automatisch so verdummend wie kommst du dann da rauf mit der rechten Schultertaste machst du dies mit der rechten Schultertaste klettert er auch so geht er nicht nach oben passiert nichts mein fehl shit shit Du da, stop! I can't wait to see my face buried in your arms! Die besser lesen sollen und an drücken, gab doch einen Knopf! Peinlich! Was habe ich jetzt alles? Die Scherben sind mir egal, noch so ein Fuchs! Hier oben ist gut! Dort ist einer dort! Da komme ich von hier in die Hildkanzel an! Das ist gut! Komm, 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 komm! Das steht! Ja! Dann zurück aufs Schiff und weiter mit der Mission! Ich muss das eben so ein bisschen mixen! Ein paar Dinge erkunden, einsammeln, dann wieder Mission! Ah, jetzt kann man auch das Schiff aufbessern! Hab ich fast beinahe vergessen! Zumindest die Munition wieder auffüllen! Das ist Tabak! Steine, wie viel habe ich? Schade, sehe ich nicht, wie viel Steine ich beladen kann! Ich kaufe da mal ein Stück, damit der Frachtraum nicht voll ist! Ah, das Stein wird für das Schiff benutzt! Nein, wenn das so ist! Ein Steinschiff! Metall fehlt mir! Strecke der Rapune, das ist egal, das brauche ich nicht noch im Moment! Tja! Und für Pistolen habe ich zu wenig Geld! Da will ich Anständige kaufen! Kostet schnell mal 15.000, so! Davor kaufe ich keine Pistole! Weiter mit der Mission! Auf! So, jetzt schauen wir uns das an! Was ist dieser Bereich da? Dass er rot ist! Komisch, dass der vor ist blau da! Da waren wir schon! Säglich unten durch! Ich habe das Manuskript! Gut! Hope erwartet euch in Sleepy Hollow! Was ist denn Sleepy Hollow? Haha, Sleepy Hollow! Stopp! 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 Ich bin da falsch! Ich bin also ein Bote! Nein! Ich muss wenden! Jetzt! Wird ich wieder falsch? Händlose Stein! Ich brauche Holz! Und vor allem Eisen! Ich brauche Holz! Und vor allem Eisen! Ich brauche Holz! Ich brauche Holz! Nein! Das war dumm! Ich hätte das kappen können! Das war dumm, scheisse, das hätte ich sicher übernehmen können, scheisse, jetzt habe ich es auf Versenken Da waren wir auch schon mal Oder nicht? Ne, da war ich noch nicht Komisch, dass das keine Frage zeichnet Hätte ich das Schiff jetzt gekapert, könnte ich hier was machen? Natürlich kann ich jetzt nicht Okay, dann gehen wir draussen rum Zuerst wieder, wo der Aussichtspunkt ist Dann hole ich mit zuerst, dann habe ich den Schnellreisepunkt offen Ja Autorities, wish to remind citizens to be on the lookout for grave robbers Huh Gibt es da was? Hm Hallo, lady Okay, und sie ist ausgerechnet Der hat doch mit den Templern gesprochen Zuvor Das ist unerträglich Ich kann meine Forschung kaum noch durchführen Jeder beschlagnahmt heutzutage Metall Ja, ja Die Armee schmelzt das einfach Keine Feinde Das ist noch ein Schätzchen Wie sieht es eigentlich aus mit dem falschen Knopf wieder? Mit Verbesserungen Anfertigung Anfertigung Noch nichts Ja Komm, ach Ja, das muss ich dir jedes Mal zeigen Ja, das muss ich dir jedes Mal zeigen Schnell, 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 schnell Schnell, wow Hier rauf Hey, ich will nur gerade hier hinauf Geht nicht Nee, fuck Scheisse Ja, ich weiß Ja, ich weiß Ja, ich weiß Ja, ich weiß Ich weiß Ich weiß Ja, ich weiß Ja, ich weiß Ich weiß Ja, ich weiß Ja, ich weiß Es hat mich niemand entdeckt Was machen wir? Shit! Zieht er mich? Weg, weg, weg! Weg! Ich bin auf der falschen Seite, shit! Scheibe! Scheibe! Ich wollte da reinspringen, da springt er nicht! Das ist so zum Kotzen! Ja! Das ist so zum Kotzen, diese Steuerung! Mann! Ja! Gerade für so Missionen ist es voll scheisse! Ah, das fuckt mich so ab! Das Problem ist, dass ich hier draussen durchgehe! Dann bin ich zu weit weg! Jetzt hat mich der andere gesehen! Ich bin da getarnt! Das Problem ist, ich bin zu weit weg! Nee! Nee! Ja, wieder wird's nichts! Ah, das ist so... Du musst auch zu ihm hin! Aber die Leute sehen dich! Und wenn der dann nicht das macht, was du willst! Der Sprung nicht klappt! Dann hast du gleich ausgeschissen! Dann bist du schnell mal zu weit weg von ihm! Nicht ohne Sinn! Aber ich glaube ich werde verfolgt! Sicher Einbildung! Aber ich wage meinen Blick! Ja! Wenn ich auf der anderen Seite bin! Was machst du dann? Weg! Ich muss hier durch! Ich muss hier durch! Ich muss hier durch! Nein! Ich will da nicht drauf! Dass du das nicht mit Knopfdruck machen kannst! Das ist so beschissen! Wenn du rennst, dann klettert der direkt! Das kotzt mich so an! Dieses automatische Klettern, das fuckt mich ab! Sieht das nicht so regeln, dass du den A-Knopf drücken musst? Sonst klettert der nicht! Ich lenk den ab! Schnell rein! Kommst du mal schauen hier! Kommt nicht! Kommt nicht! Kommt nicht! Dafür kommt der Schaum da! Suche ich da noch rein? Komm schon! der kehrt wieder um da nehme ich auch gleich es scheint versteckt bleiben dann bist du der nächste ne da ist einer oben das dann schütze jetzt hat er mich schon jetzt klettert er wieder überall drüber das darf nicht wahr sein die nicht doch weg ist noch ein scherzchen das 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 Ich bin bloß eine Hausfrau. Richtig. Nein, ich will zuerst einen Schatz. Gib uns Feedback. Das wollt ihr nicht wirklich. Was ist dieser Schatz? Da werden noch Tempelkarte. Tempelkarte. Ja. 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 Den nehme ich mir. Hallo. Ja. 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 was hat das nächstes in Schatz oi, der hat mich gesehen was ist denn da los? wer killt mich da? der da oben Scharfschütze den hau ich mir nee der trifft aber haargenau da unten ist eine Scherbe hallo so jetzt was haben wir? das ist nur noch eine Scherbe das lasse ich hier noch diesen Schatz jetzt rutscht er wieder irgendwo hin ok aussen rum nee ich will da nicht drauf Mann nee das ist ich glaub's nicht du dass die nicht das Klettern auf einen Knopf belegen mit der Rennentaste klettert er immer man kann ja hier ah klettern warum rennt er ohne den A Knopf klettert er dass man das nicht einstellen kann mit der Rennentaste über die Brücke kann leider noch nichts machen geht leider noch nichts geht leider noch nichts ich hab zu viel Stein ich verkaufe etwas Stein das hole ich eh wieder das behalte ich da geht nichts ich muss ein paar Schäfe entlen die beste Zeit für auszulaufen ein Sturm zieht auf was ist denn das da auch eine Siedlung oder ist dein Chef geradeaus war ich da schon da war ich auch noch nicht so und jetzt tschüss das Holz oi 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 und da gehst du da am Land schön mich halt drüber ja wo kann ich denn was kann ich da ein Schiff rufen oder ne echt jetzt jetzt Es sieht nach Jagdgründen aus, wie es hier aussieht Es ist eine Herausforderung Es sieht wie ein Raubtier aus, aber könnt ihr auch wie eines jagen? Bei dem Wetter ist es zwar scheisse Gefahr ist, dass ich sie nicht sehe Ich führe mich die Hälfte der Zeit ab der Steuerung näher Nummer 1 geschafft Nummer 2 auch Auch wieder 1 Noch 2 Frag ist wo Jetzt sehe ich nirgends mehr eins Vorne Spreng Hier ist es Nummer 4 Das könnte klappen Jetzt fehlt noch eins Und das ist das Ding Das ist natürlich keins mehr weit und breit Super Ja, ich hab's Schnell Geschafft 2.000 Ocken mehr Jetzt hole ich mir noch die Höhen mal rein Okay Und das Glück Und die auch abschießende Natürlich nicht Schnell 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 So Jetzt ist nur noch eine Scherbe Ich will die auch noch Vielen Dank.